Genau, den ersten Punkt holt er direkt mit seiner starken Rückkehr. Ja, erst ein bisschen Glück für Dima, aber trotzdem, Riccardo kämpft. Eigentlich stark zurückgekehrt. Jeden Ballwechsel ein neuer Ball eingeworfen wird. Guter Hinweis. Na ja, jetzt nimmt Riccardo. Jetzt stark gespielt von Walter. Wir können es euch sonst kurz sagen. Neuer 1-1, wie ihr sehen könnt, mit Ohtcherov. Gegen gehen, kleiner Gegenspin. Ja, viele Rückhandfehler auf den Return von Walter. Bestimmt 4, 5 Punkte. Ihr könnt die Kameraeinstellungen leider nicht wählen. Das macht unser Regime an der Adern. Ich könnte nachher auch mal... ...auszureichen. Kommt noch nicht wirklich ins Spiel. Kürz die Frage, nee, wir konnten halt kein Mikro an die Platte platzieren. Deswegen hört man leider den Ballsprung nicht so gut. Weil wir noch nicht die richtige Platzierung noch besser variieren zu können. Auch hier wieder Rückhandflip von Dima und Walter geht direkt wieder drüber. Ja, Eröffnungsball ist zu weich. Riccardo bleibt an... Wir werden aber mal nachfragen in der Spielpause zwischendurch. Genau, dann können wir dir nachher eine Antwort geben. Uh, jetzt Glück... Unglaublich, ne? Ja, und heute? Also, Dima hat eben schon den Kopf geschüttelt. Jetzt kommt die Auszeit auch. Folge richtig. Ah, jetzt geht die Zeitlupe, schau. Ja. Also, Zeitlupe hat geklappt. So, jetzt erst mal ein guter Ball. Ich glaube, hier war noch nicht so gute Stimmung wie heute, oder? Ja, waren noch nicht so viele Leute da. Genau, in Waffenhofen. Leider immer mit Corona. So, jetzt also. Es ist dann auch schwieriger für Walther, was zu machen. Auf den Aufschlag ist es leicht, mit der Banane zu spüren, wie auf so einem kurzen Ball. Neuer Verein, erstes Spiel. Wäre schlimm, wenn er nicht nervös war. Ja. Also, eine gewisse Gründe Nervosität ist natürlich da. Jetzt ein guter Start wäre jetzt wichtig. Gut zu Ende gesteht, ja. Ja, genau. Okay, das freut uns, dass der Stream auf jeden Fall besser ist, wie bei Sportdeutschland. Ja, auch hier, wie schon gesagt, Regado jetzt deutlich mehr. Auf jeden Fall, ja. Versuch beim Jobblock. Schnitt hat er gehabt, wie er vielleicht noch gesehen hat. Jetzt hat der Zuschauer, ist der Alex's Handy nicht ausgemacht. Auch hier wieder Start. Oh, jetzt mal wieder ein langer Aufschlag. Oh, ne. Mit der Kante eröffnet. Eröffnung. Sogar wie viele Leute gerade aktuell zuschauen, sind wir bei 9.226. Boah, Riesenball, Riesenball. Sponsor seit diesem Jahr jetzt bei uns. Ja, war eine Welle. Ja, super zurückgelegt. Kurz, Ricardo auch da. Oh, ganz hoch zurückgelegt. Riesenchance verdient. Gefilmt, sondern während dem Livestream quasi. Oh, ja, ja. Sehr gefühlvoller Topspin von Walter. Mit der Eröffnung. Ja. Wiederholt sich der Matchball. Genau, eigentlich... Riesenabschluss. Genau das Richtige fürs erste Spiel beim neuen Klub. Im Fallen. Sehr, sehr gut. Ja, das mit...